ein herzliches hallo von mir an euch freue mich wie immer dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen folge dead by daylight und es ist wieder donnerstag heißt wir versuchen die naked challenge ist ein demo gorgon ihr habt ihr verteilt erst mal seine tunneleingänge aber er schlägt okay irgendjemand hat er im visier wahrscheinlich dann die juli weil jake war hier mit mir und wenn er nancy jagen würde würde ihre füße wackeln er war kombiniert also jagt er wahrscheinlich die juli er jagt mich wow ja klar hau der halt einfach um die ecke wir haben korrupte oder hat er dabei dass da wo er jemand schlägt das wird nichts so mein da wo er jemand schlägt versperren sich die generatoren hier drin kann man halt nicht gut ausweichen okay aber der erste gen ist an ein gen ein hook das ist aber okay da sind zwei dran da ist auch einer im gen guck mal ob die durch ok jake randt weg scheint sich er hat sich wahrscheinlich in die shack geportet weil dort kam er auch her wie es sich angehört hat wenn er jetzt wieder portet kommt er zurück da müssen wir aufpassen aber ich bin full live das ist wichtig gucken ob wir hier hochkommen an den gen nochmal den weg wobei eigentlich müssen die aus der mitte raus wartet wir machen den hier weg die aus der mitte müssen weg ich hätte gedacht der gen dort hinten geht vielleicht auch demnächst an die saß ja doch auch eine weile da aber da ist anscheinend noch jemand sonst hätte er sie doch aufgehoben sie steht wieder ok die frage ist ist sie alleine aufgestanden oh ja das gefällt mir doch viel besser ich glaube dann haben wir die letzten drei generatoren gut verteilt einer ist blinkt dort durch die bäume einer ist auf dem großen haus ich habe das nicht gerafft dass die da sind er sieht mich was war das Okay, er hat jetzt... Er ist zu dem Jen, wo wir gerade dran waren, glaube ich, gegangen. Wie es aussah. Er ist bei Yui. Gott, haben wir Nöt am Ende? Oh, er hat seine Spritze genutzt. Er hat seine Halloween-Spritze. Ach so, kacke, Leute. Was machen wir? Wir wissen nicht, ob er Nöt hat, oder? Wissen wir das? Habe ich nicht aufgepasst? Nee, eigentlich müssten wir doch dann das Zeichen hier haben. Gehen wir retten? Oder gehen wir nicht retten? Was machen wir? Ich habe keine Geliehne. Ich habe keine Geliehne. Shit und Kram, ich sterbe, Leute. Oh, er ist umgedreht, er wurde gerettet. Ich habe mein Teil getan, ich habe abgelenkt, okay? Bitte seid nicht böse, aber ich gehe raus. Also wenn der nächste liegt. Ich kann auch nicht mehr tanken. Okay, sie sind raus, oder? Eine ist raus. Sie ist raus. Und Jake? Oh, yes! Ich habe definitiv meinen Teller zu Bell getragen. Dass alle rausgekommen sind. Oh, ich hasse es. Diesmal ist es halt gut gegangen, dass ich nochmal rein bin. Aber es gibt so oft halt Runden und es nicht funktioniert. Oh Mann. Aber ist egal. Ich habe nicht viele Punkte, aber ich bin raus. Ja! Nächste Naked Challenge abgehakt. Oh, ich freue mich, dass es vorwärts geht. Und danke fürs Dabeisein und danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Bye, bye! Untertitelung des ZDF, 2020